Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium, aber auch an den Monitoren zu Hause, denn wir bieten heute wieder einen Livestream an. Herzlich begrüßen möchte ich Herrn Prof. Dr. Frank Golschewski aus Hamburg. Herzlich begrüßen möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Wolfgang Benz. Er wird die Moderation der Veranstaltung übernehmen. Unser Thema heute lautet das Ringen der Ukraine um den eigenen Staat zwischen 1918 und der Gegenwart. Angesichts des furchtbaren und weiter andauernden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine war es uns wichtig, hier im Dokumentationszentrum eine Veranstaltung anzubieten, die uns einen Überblick über die Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert verschafft, um bestimmte Dinge vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse der Vergangenheit besser einordnen zu können. Ein Teil dieser Geschichte betrifft auch Kernthemen unseres Dokumentationszentrums. Während der NS-Zeit war die Ukraine Teil des von Deutschland zu erobernden Lebensraums. Im Zweiten Weltkrieg verübten die SS-Einsatzgruppen C und D auf dem Gebiet der Ukraine zahlreiche Verbrechen. Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD wurden vom Reichssicherheitshauptamt aufgestellt, also auf dem Gelände der heutigen Topografie des Terrors. Als größte Mordaktion ist die Erschließung von Jüdinnen und Juden in der Schlucht Babi Yar bei Kiew zu nennen, bei der am 29. und 30. September 1941 über 33.000 Menschen getötet wurden. Daran beteiligt waren Angehörige der Einsatzgruppe C, der Wehrmacht und ukrainische Milizen. Geschickt ließen die deutschen Besatzer die Organisation der ukrainischen Nationalisten, die OUN, in dem Glauben, dass sie durch eine Zusammenarbeit mit den Deutschen einen eigenen Staat erlangen könnten. Als der radikale Flügel der OUN schließlich im Juli 1941 einen eigenen Staat ausrief, wurde einer der wichtigsten Protagonisten, Stepan Bandera, verhaftet, hier im Hausgefängnis, der Gestapo-Zentrale mehrmals verhört und schließlich im KZ Sachsenhausen als Ehrenhäftling inhaftiert. 1959 wurde er in München durch einen sowjetischen KGB-Agenten ermordet. Die Bandera-Verehrung in Teilen der Ukraine ist bis zum heutigen Tag immer wieder zu Recht Thema kritischer Auseinandersetzung, wird aber auch auf russischer Seite für Propagandazwecke missbraucht. Ich freue mich, dass wir heute von Professor Gottschewski davon, aber auch von anderen Aspekten etwas hören werden. Professor Gottschewski hat bereits 2009 im Rahmen der vierteiligen Veranstaltungsreihe Die Ukraine und der Zweite Weltkrieg – Geschichte und Erinnerung einen Vortrag über das Thema NS-Ghettos in der Ukraine – Begriff und Realität für die Topografie des Terrors gehalten, damals aufgrund noch fehlender eigener Räumlichkeiten im benachbarten Martin-Gropius-Bau. Ich möchte Ihnen nun kurz Herrn Professor Benz vorstellen. Herr Benz ist Professor Emeritus an der Technischen Universität Berlin und war bis März 2011 Leiter des dortigen Zentrums für Antisemitismusforschung. Vor vier Wochen war er zuletzt hier im Auditorium zugegen und mit dem Holocaust-Überlebenden und Historiker Dr. Boris Zabako im Gespräch, der wegen des Kriegs gegen die Ukraine aus Kiew nach Deutschland geflohen ist. Professor Benz hat zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt. Besonders zu erwähnen ist heute seine neueste Publikation. Es ist der in diesem Jahr von ihm herausgegebene Band, deutsche Herrschaft, nationalsozialistische Besatzung in Europa und die Folgen. In diesem Band ist Herr Professor Golczewski mit einem Beitrag zur Ukraine vertreten. Und so sind wir sehr gespannt auf die Veranstaltung heute, die zwei Experten zusammenbringt. Kurz noch zum Ablauf heute. Nach dem Vortrag und einem Podiumsgespräch gibt es wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams schriftlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird daher während der Veranstaltung auch eingeblendet. Diejenigen, die hier im Saal ihre Fragen stellen, möchten wir bitten, zum Mikrofon zu gehen, damit sie auch im Livestream übertragen werden können. Und ein letzter Hinweis. Heute ist die letzte Veranstaltung der Stifter und Topografie des Terrors vor der Sommerpause. Unser Veranstaltungsprogramm wird dann am 6. September wieder starten. Sie werden rechtzeitig eine Einladung zu erhalten oder Sie informieren sich auf unserer Webseite. Und nun übergebe ich das Wort an Herrn Professor Benz. Einen schönen guten Abend. Alles Wesentliche zum komplexen Thema ist schon angedeutet, aber noch nicht ausgesprochen. Wir warten deshalb auf den Vortrag von Frank Goldewski und ich will Ihnen nicht durch übertriebene Einführungen davon Zeit stehlen, aber Höflichkeit und freundschaftliche Kollegialität gebieten ja doch den Referenten gebührend vorzustellen. Frank Goldewski ist der Experte auf historischem Gebiet für die Ukraine. Dass er auch Polen kann, das hat er schon ziemlich zu Beginn unserer Bekanntschaft bewiesen, nämlich das Kapitel Holocaust in Polen, die Zahl der jüdischen Opfer auf polnischem Territorium in dem schon inzwischen sagenhaften Band, der die 6 Millionen untersucht hat, stammt Ende 1989 oder 1990 erschienen von Frank Goldewski. Es war sehr schwer, einen Bearbeiter für den Bereich Polen zu finden. Dafür war er schon der Spezialist. Er hat sich dann mit seiner Dissertation über das Deutschlandbild der Polen 1918 bis 1939 hervorgetan, hat am Ostkolleg der Bundeszentrale für politische Bildung in Köln gearbeitet. Er hat sich habilitiert und ist bis vor kurzem Professor erst an der Hochschule der Bundeswehr, nein, glaube ich, Universität der Bundeswehr hieß es dann, aber vor allem an der Universität Hamburg gewesen. Nicht nur als Osteuropahistoriker sehr geschätzt, sondern vor allem als der maßgebliche Mann, der die Geschichte der Ukraine kennt, die für viele von uns ja bis vor kurzem absolut ein weißer Fleck war, dass die Ukraine schon einmal im 20. Jahrhundert selbstständig war. Welche engen Bezüge es zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Besatzungsgeschichte gegeben hat, das haben Sie schon gehört. Seine Kompetenz beruht auf einer großen Arbeit zum Titel Deutsche und Ukrainer, vor zehn, elf Jahren erschienen und er war schon davor Herausgeber der maßgeblichen Geschichte der Ukraine. Das ist noch in den 90er Jahren erschienen. Ich bin sehr gespannt, Sie sicherlich auch, wie ein sehr komplexes und schwieriges Thema uns jetzt von berufener Seite nahegebracht und erläutert wird. Schauen Sie nicht so grimmig, das musste gesagt werden und zwar so. Bitte sehr, Herr Kolschewski. Danke schön, Frau Wähle, Herr Benz. Ich müsste jetzt tiefrot werden, aber ich muss jetzt eigentlich meinen Vortrag halten, deswegen habe ich dazu keine Zeit. Die Ukraine, die Ukraine, so wie sie hier an der Tafel steht, ist im Augenblick Theorie, weil Theorie und Praxis im Falle der Ukraine eigentlich immer sehr weit auseinander gedriftet sind und seit Februar 2022, aber auch schon seit März 2014, haben wir auch hier eigentlich eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Theorie, die völkerrechtlich zur Ukraine gehörenden Gebiete, Praxis, die Gebiete, die nicht von der ukrainischen Regierung verwaltet werden, regiert werden und dementsprechend unter Fremder, in dem Falle russischer Verwaltung stehen beziehungsweise von Separatisten, wie immer man sie nennen will, regiert werden. Die Ukraine, warum man sich mit der Ukraine beschäftigen kann, das ist eigentlich immer dadurch gegeben, dass es eben nicht klar ist, worum es im Einzelnen geht. Und damit Sie sehen, wie das nicht klar ist, habe ich hier zunächst mal ein Zitat von Wladimir Putin aus dem September 2013, in dem er erklärt, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat sei, dass sie aber gleichzeitig, das sollte man nicht vergessen, die Wurzeln der russischen Staatlichkeit in sich trage. Der Bezug geht hier natürlich auf die Kiewa-Ruys. Und dann kommt er in dieser Ansprache, in der er sich immer weiter hochredet, in eine Erklärung hinein, in der er sagt, die Ukrainer und wir, wir haben gemeinsame Traditionen, eine gemeinsame Mentalität, eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Kultur. Und in dieser Hinsicht sind wir ein Volk. Das sind Originalzitate von Putin 2013, bevor es sozusagen an die Zerlegung der Ukraine ging. Und Sie sehen in diesem Text allein auf wenigen Zeilen, wie er sich widerspricht. Wie er auf der einen Seite sagt, ja, die sind unabhängig, auf der anderen Seite, sie sind eigentlich das gleiche Volk wie wir. Und wenn Sie wollen, und wenn Historiker sind ja wahnsinnig schlau, weil Sie im Nachhinein immer die Geschichte sich anschauen, dann können wir hier im Grunde schon sehen, dass es die Ankündigung ist, dass man hier etwas unternehmen wollte. Zeitgenössisch im September 2013 wäre wahrscheinlich noch niemand auf die Idee gekommen. Damit will ich mich hier eigentlich beschäftigen. Damit will ich mich eigentlich hier befassen, um einmal zu diskutieren, was eigentlich die Problematik mit dem Ukraine-Begriff ist. Das, worauf sich Putin hier bezogen hat, ist die Kiewa-Ruys. Die Kiewa-Ruys sehen Sie hier in einer Idealdarstellung, so als ob sie tatsächlich feste Grenzen hätte. Ich will das aber jetzt nicht weiter thematisieren. Was eigentlich klar ist, ist, dass zu diesem Gebiet, von dem wir seit dem 9. Jahrhundert Informationen haben, die Ukraine gehört oder Teile der Ukraine, Weißrussland und die Gebiete, die wir heute als russisch bezeichnen würden. Das heißt, die Kiewa-Ruys ist in der Tat ein Gebiet, ein staatliches Gebilde, aus dem mehrere Staaten hervorgegangen sind. Wenn Sie wollen, zeitgleich, zeitgenössisch die Parallele zum Frankenreich, Chaos des Großen, zu dem Frankreich und das heutige Deutschland gehörte. Und wenn Sie jetzt das entsprechende Zitat von Putin hier anwenden wollen, dann hieße es eigentlich, Franzosen und Deutsche sind ein Volk, weil die waren im 9. Jahrhundert im Frankenreich zusammen. Sie sehen, auf welcher Ebene eigentlich hier diskutiert wird und ich hoffe, ich habe die Problematik Ihnen hier ein wenig verdeutlicht. Wie wird das im russischen Diskurs gezeigt? Selbst wenn Sie nicht russisch können oder auch nicht altslawische Texte lesen können, sehen Sie, dass hier in diesem berühmten Zitat, in dem es um die Mutter der russischen Städte geht oder die Mutter der Ruhigstädte, aus der Nestor-Chronik, für das Jahr 882 oder 6.390 russische Erzählung, dass es hier um die Ruhigstädte mit einem S geht. Das kyrillische C ist das S. In der russischen Übersetzung, in der üblichen russischen Übersetzung, das ist hier eine Standardübersetzung, wird daraus russisch mit zwei S, russki. Und das bezieht sich nicht auf die Ruhigstädte, sondern bezieht sich auf Russland. Das heißt, Sie haben hier im Grunde genommen in dieser Übernahme der Texte eine Veränderung, die in Russland ganz üblich ist, nämlich, dass auf die ruhigstbezogene Texte für Russland in Anspruch genommen werden. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, ob und warum eigentlich infrage gestellt wird, dass die Ukraine ein eigener Staat ist. Das ist nicht auf Putin beschränkt. Wir haben das in sehr vielen Thesen unterschiedlicher Politiker, bis hin zu Helmut Schmidt, der erklärt hat, dass die Ukraine ja eigentlich gar kein richtiger Staat sei, weil das sei ja gar keine richtige Nation. Woher er diese Kenntnis hat, weiß ich nicht. Aber er hat es jedenfalls so seinerzeit gesagt. Wie ist nun diese These zu begründen? Oder wie ist diese These entstanden? Das, was wir im Laufe des zweiten Jahrtausends nach Christus sehen, ist, dass die Gebiete der Kiewer Rusch, die ich Ihnen eben gezeigt habe, ab dem 13. Jahrhundert auseinanderfallen und anderen Staaten mit anderen Kulturen angehören. Das ist zunächst einmal den meisten nicht wirklich bekannt, das Großfürstentum Litauen. Das Großfürstentum Litauen dehnt sich über die eigentlich litauischen Gebiete, die ethnisch-litauischen Gebiete, die das kleine Litauen von heute umfassen, im 13. Jahrhundert aus und erfasst, wie Sie es hier sehen, im Grunde genommen das Gebiet bis fast zum Schwarzen Meer, also im Grunde die gesamte Ukraine. Sie wissen möglicherweise, dass sich das Großfürstentum Litauen vom 14. Jahrhundert an mit Polen vereinigt hat, zunächst in einer Personalunion, ab dem 16. Jahrhundert in einer Realunion und ab dem 16. Jahrhundert, ab 1569 in der sogenannten Union von Lublin wurden die ukrainischen Gebiete, die zu Litauen gehörten, an die Krone Polen abgegeben. Diese Abgabe an die Krone Polen ergab andere, neue, kulturelle Einflüsse, kulturelle Einflüsse des Westens. Polen war katholisch, die Kiewer-Ruys war orthodox christianisiert. Wir haben also einen Konflikt von unterschiedlichen religiösen Denominationen. Seit dem Jahr 1054 gibt es das Schisma, also die Trennung zwischen Orthodoxie und Katholizismus und wir haben gleichzeitig eine Übertragung der polnischen römischen Rechtlichkeit in Gebiete hinein, in die sie so niemals existiert hat. In orthodoxe Gebiete, die Rechtsformen von Byzanz übernommen hatten, griechische Formen übernommen hatten. Das heißt, wir haben hier eine Veränderung der kulturellen Situation und in dieser Veränderung der kulturellen Situation, in der Übertragung von sprachlichen Elementen, kulturellen Elementen, rechtlichen Elementen, entfernt sich das Gebiet, das wir heute als Ukraine bezeichnen, kulturell-politisch von dem, was weiter nördlich im Nordosten fortbesteht, nämlich dem orthodoxen, moskovitischen Reich, das sich dann als Russland neu ordnet. Diese ist eine Karte des 16. Jahrhunderts, die uns im Grunde genommen zeigt, wie das Gebiet von Kiew, das können Sie hier lesen, bis nicht ganz zum Schwarzen Meer, dem polnisch-litauischen Staat, der inzwischen ein gemeinschaftlicher Staat, wie gesagt, in Realunion ist, angehört, während östlich davon die Gebiete Moskowiens liegen. In der Zwischenphase, am östlichen Rand dieses Gebiets und im westlichen Teil Moskowiens entsteht eine Zwischenschicht, nämlich von Leuten, von Menschen, die, ups, das wollte ich noch gar nicht, von Menschen, die die neue Situation, die verrechtlichte Situation durch Polen vermeiden wollen. Verrechtlicht hört sich jetzt wahnsinnig hochtrabend an. Im Grunde genommen gab es bis zur Aneignung dieser Gebiete durch Polen keine Rechtstitel auf Land in diesem Gebiet und das bedeutete, dass der polnische König, der diese Gebiete akquiriert hat, das Land an polnische Adlige vergeben konnte, die das Land in Besitz genommen haben, wodurch die dortigen Bauern ihre Rechte verloren haben, zum Teil flohen in einer ähnlichen Weise, wie wir es aus Amerika kennen. Nur in Amerika floh man in den wilden Westen, hier flieht man in den wilden Osten. Der wildes Feld heißt, Dikapolje, und in diesem Feld sammeln sich diese Flüchtlinge, nicht nur aus Polen, sondern auch aus Moskowien, auch aus dem Osmanischen Reich, und nennen sich Freie und sie nennen sich türkisch Freie und das heißt Kasak. Es sind also die Kosaken, die auf die Art und Weise entstehen. Und die Kosaken stehen auf der einen Seite im Lohn verschiedener Herrscher, weil sie natürlich von etwas leben müssen und geraten gleichzeitig in Konflikte mit ihnen. Und einer dieser Konflikte bricht 1648 aus und in diesem Ausbruch des Konflikts unter einem Hetman Bochdan Chmielnitzki verbindet sich dieser mit seinen Kosaken, mit den unzufriedenen Bauern, die inzwischen ihre Freiheit verloren haben und gegen die Adligen vorgehen. Gegen die Adligen können sie aber gar nicht vorgehen, weil die Adligen gar nicht in diesem Gebiet leben. Denen gehört zwar das Land, sie lassen aber das Land durch ihre Verwalter verwalten und sie wählen als Verwalter sehr häufig Juden. Und in dem Augenblick sehen die unzufriedenen ukrainischen Bauern als Gegner zwar theoretisch die polnischen Adligen, die aber irgendwo in Polen sind, aber sie wenden sich gegen deren Vertreter vor Ort und das sind die Juden. Und deswegen haben wir 1648 die erste pogromartige Vernichtung von Juden, den Mord von Juden. Und auf dieser Grundlage haben, wenn man so will, im Diskurs die Ukrainer zum ersten Mal den Ruhm des Anti-Judaismus, Antisemitismus erworben, der ihnen dann danach eigentlich immer wieder vorgehalten wird und durchaus eine Berechtigung hat. In dem Falle 1648 haben wir auf der einen Seite das religiöse Hintergrundrauschen, Christusmörder und so weiter und so fort und wir haben auf der anderen Seite den ökonomischen Gegensatz. Und das führt dazu, dass ungefähr die Hälfte der dort lebenden Juden, ungefähr 20.000, nach den vorhandenen Berechnungen ermordet werden. Wenn Sie sich diese Karte ansehen, sehen Sie aber, dass dieses polnisch-litauische Reich nicht ganz bis zum Schwarzen Meer reicht, sondern hier steht Osmanisches Reich, Khanat der Krim. Im 13. Jahrhundert sind die Mongolen mitsamt Tartaren und die haben sich dann vermischt aus den Steppen Asiens nach Europa gezogen und haben einen großen Teil der Länder bis hin zu Lignitz in ihre Verwaltung, in ihre Oberherrschaft genommen. Das Reich der Mongolen Tartaren ist dann zerfallen in verschiedene Reststaaten und derjenige, der sich am längsten gehalten hat, ist das Khanat der Krim und das hat sich deswegen am längsten gehalten, weil es sich in eine Vasalitätsabhängigkeit zum Osmanischen Reich hinein begeben hat. Das heißt, das Gebiet, das wir hier unten haben, gehört eigentlich zum Osmanischen Reich und ist dementsprechend das Khanat der Krim. Im 18. Jahrhundert erobert die deutschstämmige Zarin Katharina mit ihrem einmal geliebten, aber in erster Linie eben halt Feldherrn und Gouverneur Patjomkin diese osmanischen Gebiete einschließlich der Krim. 1783 steigt nicht nur die Mongolfiere, sondern wird auch die Krim Teil Russlands und Katharina nennt dieses Gebiet Novorossia, Neurussland und als Neurussland pöpliert sie es in gleicher Weise, wie Friedrich der Große zur selben Zeit Preußen pöpliert hat. Denn nur ein pöpliertes Gebiet ist nützlich, bringt Erträge und sie bringt alle möglichen Menschen dahin, wie es, ich drücke das immer so aus, in dieser Zeit in Europa auf dem Markt gegeben hat. Serben, Griechen, Juden, Deutsche, Polen, Bulgaren, auch Ukrainer, auch Russen. Das heißt, wir haben hier ein ganz buntes Gebiet, wir sind im 18. Jahrhundert, noch geht es nicht um Nationalisierung, noch geht es nicht um Kulturnationen und in diesem Gebiet wird russische Herrschaft errichtet und es wird eine Stadt errichtet, Odessa, die als Hafen Russlands zur Welt gelten soll. Ein besonderes Desiderat Katharinas Odessa erstens heißt die Stadt weiblich, das heißt, sie zeigt im Grunde genommen, dass sie die Stadt gegründet hat. Sie holt Griechen und Juden, weil man der Meinung ist, Griechen und Juden können im Handel besonders gut agieren und Odessa kommt von Odos, Weg, es ist der Weg von Russland nach draußen. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Gebiet, das für Russland durchaus wichtig ist, das aber nicht unbedingt russisch ist. Die ersten Gouverneure sind ein Spanier und ein Franzose und wir haben eigentlich keine nationale Kategorie in diesem Element. dementsprechend ist die Frage, ob das nun russisch ist oder ukrainisch, eigentlich in diesem Falle obsolet. Wir haben gesehen vorher, dass die meisten ukrainischen Gebiete zu Polen gehört haben. Im Laufe der Zeit, das beginnt 1648, weil sich der Hedman Schmenigski dem russischen Zaren unterstellt, das beginnt vom 17. Jahrhundert an schrittweise zu Russland zu überzugehen. Das heißt, Russland kassiert immer größere Teile der polnischen Ukraine, das ist hier die Situation etwa um 1700, also nach dem Friede von Andrusowo von 1667 und im nächsten Schritt in den Teilungen Polens 1772, 1793, 1795 wird Polen von der Landkarte verschwinden und deswegen ist auf dieser Karte immer die heutige Ukraine eingezeichnet. Das Gebiet der heutigen Ukraine, hier ist Polen verschwunden, ist aufgeteilt zwischen Russland auf der einen Seite das grüne und das dunkelgrüne Österreich. Galicien, die Bukowina und Transkarpazien, das ein Teil Ungarns ist, das zu diesem Zeitpunkt Teil Österreichs ist. Das ist die Situation, hier steht 1900, das ist die Situation im Prinzip ab dem Ende des 18. Jahrhunderts und damit im 19. Jahrhundert und damit in der Zeit, in der wir normalerweise von in Anführungszeichen nationalem Erwachen sprechen. Nationales Erwachen hört sich so hochtrabend an. Im Grunde genommen bedeutet es nichts anderes, als dass die bis dahin geltende Ordnung, die sich an Dynastien orientierte und die eigentlich auch weiter bestehen bleibt, seit der Französischen Revolution infrage nach oben vom Herrscher, sondern von unten vom Volk gesehen wird. Und man versucht, ein neues System zu finden, wie man sich eigentlich von unten nach oben eine Teilung der unterschiedlichen Völkernationen vorstellen kann und kommt als erstes auf die Sprache. Bis dahin war es eigentlich die Religion, die sozusagen die Scheidewand zwischen unterschiedlichen staatlichen Systemen dargestellt hat oder darstellen sollte. Nun ist es die Sprache, die Kultur, wir kennen das von Fichte, wir kennen das auch in der Vorstellung, dass man die verschiedenen deutschen Staaten zusammenfassen soll zu einem gemeinsamen Kulturgebiet, was gar nicht so gemeinsam ist, wenn man Norddeutschland und Süddeutschland vergleicht. Na, ist egal. Das Gleiche finden wir hier im Osten und wir haben in dieser Phase des 19. Jahrhunderts zwei miteinander ringende Entwicklungen. Wir haben auf der einen Seite Russland, das versucht, sein multinationales Imperium, in dem Deutschbalken, Zentralasiaten und eben halt auch Ukrainer lebten, zu einem gemeinsamen russisch-nationalen Nationalstaat umzuwandeln. Wie macht man das? Jetzt hätte ich fast gesagt, wie in Russland immer, eben halt durch Verbote. Es gibt zwei Erlasse von Wallujev 1863 und den Emser-Ukast von 1876, in dem der sogenannte kleinrussische Dialekt verboten wird. Der kleinrussische Dialekt ist nichts anderes als die ukrainische Sprache. Das heißt, die gibt es, sie wird von Russland als Gefahr dezentral gesehen und sie wird verboten und landet, dieses Verbot landet dabei in einer Gegnerschaft zum durchaus in dieser russisch-ukrainischen Welt bestehenden pro-ukrainischen Strom, ich brauche nur einen Namen hier zu nennen, der dazu gehört, Taras Shevchenko, der Nationaldichter, man sagt häufig, dass es der ukrainische Goethe sei, naja gut, lassen wir es mal, es ist der Nationaldichter, der verbannt wird, der eben halt als Staatsfeind bezeichnet wird. Ganz anders in Österreich. Österreich hat auch mit sehr vielen Nationalitäten zu tun, Österreich geht damit ganz anders um, es verbietet nicht die Nationalitäten, sondern es hetzt sie aufeinander und das finden wir in Galicien, da werden dann die Ukrainer, die man hier Ruthenen nennt, gefordert. Ihre Kirche bekommt eine richtige Struktur, ich will jetzt auf die Kirche hier direkt nicht eingehen, die rothenische, sprich ukrainische Sprache wird eine der Amtssprachen, denn in diesem Gebiet, in dem wir uns hier befinden, leben die Ukrainer oder die Ruthenen gemeinsam mit den Polen und man will, dass sie sozusagen sich gegenseitig neutralisieren und damit nicht auf die dumme Idee gekommen, die deutsche Herrschaft von Wien aus in irgendeiner Weise infrage zu stellen. Divide et impera heißt dieser wunderschöne Prozess. Die Folge davon ist aber, dass die Ukrainer in Österreich ihre Nationalität ausleben können, dass sie gefördert werden, dass sie sozusagen eine staatliche Richtung entwickeln wollen und das kommt zum Ausbruch im und nach dem Ersten Weltkrieg. Im und nach dem Ersten Weltkrieg versuchen nämlich die Ukrainer wie alle anderen osteuropäischen Völker eigene Staaten auf den Trümmern der vier untergegangenen Imperien zu errichten. Die vier Imperien Deutschland, Russland, Österreich, Ungarn und das Osmanische Reich sind im Grunde genommen alle Kriegsverlierer. Spannenderweise, das ist eine sehr interessante Konstellation, wenn Staaten gegeneinander kämpfen und beide verlieren in einer Abfolge. Aber das bringt im Grunde genommen die kleinen Völker Osteuropas dazu, ihre eigenen Staaten zu kreieren. Den meisten gelingt das, den baltischen Staaten, den Polen, den Ukrainern nicht. Den Ukrainern gelingt es deswegen nicht, weil sie als Einzige als jemand gelten, der auf der einen Seite mit den Deutschen, auf der anderen Seite mit den Russen zusammengearbeitet hat, mit den Bolschewiki oder nicht mit den Bolschewiki. Das ist nicht furchtbar klar. Mit den Polen ist es relativ klar, weil Roman Dmowski, der Vertreter Polens bei den Pariser Friedensverhandlungen es sehr intelligent geschafft hat, den Entente-Mächten, die, Herr Benz hat darauf hingewiesen, dass kein Aas wusste, was die Ukraine eigentlich ist, dass die Entente-Mächte, die ebenfalls nicht wussten, was die Ukraine ist, denen zu erklären, die Ukrainer seien eigentlich eine deutsche Erfindung. Eine deutsche Erfindung, um Polen und Russen zu schwächen. Und diese Erfindung, um Polen und Russen zu schwächen, das war nicht das, was die Entente-Mächte fördern wollte. Und dementsprechend hat sie sich damit einverstanden erklärt, ich gehe das jetzt mal sehr oberflächlich durch, dass die Gebiete auf der einen Seite von Russland, auf der anderen Seite von Polen annektiert wurden und eben keine unabhängige Ukraine abgesehen von dem Ukraine, von der ukrainischen Sowjetrepublik entstanden. Auf die ukrainische Sowjetrepublik komme ich gleich noch. Wir haben also die Lage nach dem Ersten Weltkrieg. Die Lage nach dem Ersten Weltkrieg, hier wieder ein Zitat von Putin aus diesem Jahr, aus der Ansprache, in der er die Separatisten anerkannt hat, nämlich die Behauptung, die Bolschewiki hätten die Ukraine kreiert. Und er sei ja auch gegen die Bolschewiki und deswegen sind sie im Grunde genommen, müsste die Ukraine im Grunde genommen die Gebiete, die sie durch die Bolschewiki von Russland bekommen hat, abgeben. Ja, ganz falsch ist das nicht. Ganz falsch ist das nicht, denn was Sie hier sehen, sind Versuche der Bolschewiki auf dem Gebiet der heutigen Ukraine nicht ukrainische Staaten zu errichten. Das ist auf der einen Seite die Odessa Sowjetrepublik und die Danetzk-Krivirok Sowjetrepublik, die jeweils ungefähr sechs Wochen bis drei Monate bestanden haben, am Anfang des Jahres 1918, bis die Deutschen dieses Gebiet nach dem Brotfrieden besetzt haben. Putin hat trotzdem Unrecht, denn die einzige ukrainische Sowjetrepublik, die sich tatsächlich konstituiert hat 1917, wie er das behauptet hat, ist eine kleine Republik von Menschen, die die eigentliche ukrainische Volksrepublik Ende 1917 verlassen haben und in Kharkov eine eigene Staatlichkeit errichtet haben. Und diese ukrainische eigene Staatlichkeit hat sich in der Tat Moskau unterstellt und was sie so etwas unübersichtlich auf der rechten Karte sehen, ist ein Schema des ersten russisch-ukrainischen Krieges von 1917, 18, in dem die Bolschewiki versucht haben, die ukrainische Republik zu beseitigen und es fast geschafft hätten, wenn die Ukraine nicht am 9. Februar 1918 einen separat Friedensvertrag mit den Mittelmächten geschlossen hätte, daraufhin die Deutschen und die Österreicher ins Land gerufen hat und die Deutschen und die Österreicher die Bolschewiki vertrieben hätten. Das ist im Grunde etwas, was letztlich das falsifiziert, was Putin hier erklärt hat, nämlich eine, wenn man so will, eigenständige ukrainische Republik. Aber diese Eigenständigkeit der ukrainischen Republik hat natürlich ihre Grenzen. Diese Grenzen hat sie hier auf dieser Karte, das ist eine Karte, die Romant Mowski und die polnische Führung in Paris bei den Friedensverhandlungen vorgelegt haben, nämlich die Gebiete, die sie eigentlich beanspruchen wollten. Und sie haben unterschiedliche Gebiete benannt, die will ich jetzt nicht einzeln herausarbeiten, aber sie haben im Grunde genommen bei der Entente den Eindruck erweckt, als ob die polnischen Ansprüche eben eigentlich legitim wären, mit der Begründung, die Ukrainer seien ja eigentlich nur so ein Bauernvolk, das sich eigentlich gar nicht regieren könnte und man müsste die kulturvollen Polen, die eben halt die Oberherrschaft hatten, hier in entsprechender Weise fordern. Was Sie auf dieser Karte sehen, ist im Grunde das Ergebnis des russischen Bürgerkrieges oder des ukrainischen Bürgerkrieges, wie immer Sie das nennen wollen. Und Sie sehen, dass im Grunde genommen 1919 der größte Teil der Ukraine von den weißen Russen, von den zarentreuen Russen Denikins besetzt ist. Oben im Norden kommen die Bolschewiki und der regulären ukrainischen Führung, die zunächst in Kiew gesessen hat, ist im Grunde genommen von ihrem Land nicht mehr viel geblieben, außer diesem grünen Teil, während sich im westlichen Galicien eine westukrainische Volksrepublik gebildet hat, die nicht nur von ihrem ersten Tag ihres Bestehen, sondern schon vor ihrem Bestehen in einer militärischen Auseinandersetzung mit den Polen sich befindet und als solche im Grunde genommen nach einer gewissen Phase der Resilienz, wenn wir das so nennen wollen, tatsächlich eben diesen Krieg verliert und Galicien wird in der Zwischenkriegszeit polnisch. Rechts sehen Sie die Lage in der Zwischenkriegszeit, links sehen Sie, wie die Fronten hin und her gegangen sind, das will ich jetzt gar nicht thematisieren, ich will nur etwas anderes thematisieren. Die ukrainischen Nationalpolitiker hatten die Hoffnung, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg, so wie die anderen Staaten auch, ihr Volk befreien könnten. Sie kamen zu dem Schluss, dass das nicht gelungen ist. Was haben Sie daraus für eine Folgerung gezogen, dass das Volk dafür noch nicht reif ist. Und wir haben hier zwei Entwicklungen. Die erste Entwicklung ist, dass diese Verletzung der Nichtstaatlichkeit in der Zwischenkriegszeit in eine Manie des Erwerbs einer Staatlichkeit übersetzt wurde, damit kompensiert wurde. Das Streben nach Staatlichkeit, nach Derdjavnist ist etwas, was bis zum heutigen Tag für Ukrainer das oberste Ziel ist. Einfach aus der Perspektive heraus, dass man ohne Staatlichkeit eben halt keine Möglichkeit hat, irgendwie zu überleben. Und das Zweite, die zweite Folgerung, die insbesondere ukrainische Nationalisten gezogen haben, ist die, dass das Volk für eine Staatlichkeit offenbar noch nicht reif ist und dass man eine Nation erst schaffen müsse, bis dahin sei, und das ist Zitat von nationalistischen Zeitschriften der 20er Jahre, bis dahin seien die Ukrainer nur eine ethnografische Masse. Eine ethnografische Masse müsse man mit Zwang und Ausbildung zur Staatlichkeit formen und zur Nation ausbilden. Das Schlagwort heißt Donazi Ceres Derjavo zur Nation über den Staat und damit haben wir wieder den Staat als Ziel und verstehen jetzt, warum Staat, was eben bis dahin nicht gelungen war, so im Vordergrund steht. Das ist die Situation in der Zwischenkriegszeit. Die müssen wir uns jetzt deswegen anschauen, weil die westlichen Gebiete der heutigen Ukraine zu Polen beziehungsweise zur Tscheoslowakei gehörten, beziehungsweise zu Rumänien. Die Krim gehört im Rahmen der Sowjetunion zur russischen sozialistischen föderativen Republik und nur das Grüne ist im Grunde genommen die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik gewesen. wieder ein Zitat von Putin 2008 gegenüber George Bush in Bukarest bei der NATO-Tagung. Du verstehst doch George, dass die Ukraine nicht einmal ein Staat ist. Was ist die Ukraine? Ein Teil ihres Gebiets ist Osteuropa und ein anderer bedeutenderer Teil von uns geschenkt. Sie sehen im Grunde genommen, wie hier 2008 benähern uns der Gegenwart Politik gemacht wird und hier sehen Sie, auf welche Art und Weise dieses Geschenk substanziiert wird. Auf der linken Seite sehen Sie eine Karte eines Geografen, der an der Moskauer Universität lehrte und die Ukraine aufteilt in verschiedene Geschenke, wobei nur das kleine Kosakengebiet in der Mitte als Ukraine bestehen bleibt und alles andere ein Geschenk Lenins, ein Geschenk Ruschovs, ein Geschenk der russischen Zaren, ein Geschenk Stalins ist. Wieso Stalin, aber lassen wir das mal hin. Interessanter ist die rechte Seite, das ist nämlich ein Screenshot von Rassia 24, von dem Sender, dem Propagandasender Russlands, Nachrichtensender, in dem im Grunde genommen diese Karte im Februar 2022 mit den verschiedenen Geschenken umgesetzt als ein Grund dafür angegeben wird, warum die Ukraine eigentlich keine Daseinsberechtigung hat, sondern eigentlich aus Geschenken besteht. Sie haben hier den dritten Fall, dass eben halt so etwas nachgezogen wird und damit befinden wir uns in der aktuellen Politik. Zurück in die 20er Jahre. In den 20er Jahren versucht die Sowjetunion durch ein Verfahren, das man in der Wissenschaft als Einwurzelung der Partei in die nichtrussischen Nationalitäten, die Ukrainer für sich zu gewinnen. Und sie tut dies, nachdem im Zarenreich die ukrainische Sprache verboten war, indem sie nun die ukrainische Sprache verbreitet und Kultur, ukrainische Kultur verbreitet. Natürlich mit entsprechenden kommunistischen Inhalten, aber eben in einer Weise, die durchaus, ich sage es mal ganz vorsichtig, lobenswert ist, weil in den 20er Jahren gleichzeitig die Alphabetisierung der Ukraine stattfindet. Das heißt, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, also bis zur sowjetischen Zeit, sind etwa 20% der Ukraine, das ist schon mehr als im Rest Russlands imstande zu lesen und zu schreiben, am Ende der 20er Jahre sind es 80%. Das heißt, es ist also eine tatsächlich sehr starke Alphabetisierung in ukrainischer Sprache mit sowjetischen Inhalten. Und damit haben wir im Grunde genommen einen Prozess, der uns erläutert, warum es tatsächlich eine ukrainische Kultur, eine sowjet-ukrainische Kultur auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Der Rückschlag kommt in den 30er Jahren mit der künstlichen Hungersnot, die im Grunde genommen dazu führt, dass etwa drei Millionen, drei bis vier Millionen Ukrainer, je nachdem, wie man rechnet, Hungers sterben, wobei diese Hungersnot etwas ist, was durchaus in der Diskussion ist, ob es sich dabei um etwas handelte, was gegen die Ukrainer gerichtet war als Nation oder gegen Bauern, die nicht in Kolchosen eintreten wollten oder überhaupt eben etwas ist, was sozusagen immanent im sowjetischen System drin steckt. Der Punkt ist, dass es eben Hungertote in der gleichen Zeit auch in anderen Gebieten, auch in Russland, auch im Volga-Gebiet, auch in Kasachstan, auch im Nord-Kaukasus-Gebiet gegeben hat. Nach 1991 kreiert die ukrainische neue Staatlichkeit aus dieser künstlichen Hungersnot, die hier überhaupt nicht irgendwie verringert werden soll, ein Lieu der Memoire, einen Erinnerungsort, ein Zentralisierungsort für die Geschichtsbetrachtung, wo man sich als Opfer und als Opfer der Sowjets, als Opfer der Russen betrachten soll. Und gleichzeitig eben halt die Nationalität hervorgehoben wird, weswegen das Ganze als Genozid bezeichnet wird und ausländische Staaten dazu aufgefordert werden, diese künstliche Hungersnot als Genozid anzuerkennen. Wir sind wieder bei Putin am 21. Februar 2022. Er beschreibt im Grunde genommen die ukrainische Staatlichkeit von 1991, er bringt sie aber in Zusammenhang mit dem, was in der Geschichte vorher stattgefunden hat und geht natürlich nicht darauf ein, dass wir in den 30er Jahren eine Re-Russifizierung der Ukraine haben und hier eben etwas anderes heraus gebildet werden soll, nämlich die Behauptung, dass eine ukrainische Staatlichkeit, eine ukrainische Eigenständigkeit auf der Verleugnung alles dessen aufgebaut werden soll, was uns verbindet, also eine Trennung zwischen Ukrainern und Russen, dass es Gründe dafür gibt, das kalkuliert er hier nicht ein und er sagt gleichzeitig, dass in der ukrainischen Gesellschaft extremer Nationalismus aufkam, der rasch die Gestalt von aggressivem Russenhass und Neonazismus 2022 angenommen hat. Er hat nicht ganz Unrecht, das muss man ganz deutlich sagen, wir sind im Grunde genommen sozusagen binär motiviert oder binär ausgerichtet. Wir sind immer der Meinung, wenn zwei miteinander kämpfen, dann ist A gut, wenn A gut ist, muss B schlecht sein oder wenn A schlecht ist, muss B gut sein. Es kann durchaus sein, dass beide nicht ganz so doll sind. Und dass wir eben halt hier erkennen müssen, dass in der Tat nicht alles davon absolut falsch ist. Denn wir haben tatsächlich in der Geschichte des ukrainischen Nationalismus eine Ausrichtung, die durchaus in eine Zusammenarbeit mit den faschistischen Staaten hineingeführt hat. Ich sage ganz bewusst zunächst mal faschistisch, weil dies in den 20er Jahren beginnt und die entsprechende Formel oder das entsprechende Klischee, das hier umgesetzt werden kann, das faschistische Italien ist. Deutschland gibt es zu dieser Zeit noch nicht als in Anführungszeichen faschistische Macht und meines Erachtens ist die Bezeichnung Faschismus für Deutschland auch nicht richtig, sondern da sollte man bei Nationalsozialismus bleiben. Es gibt durchaus Gründe, warum das in der russischen Terminologie oder in der sowjetischen Terminologie nicht vorgekommen ist oder nicht vorkommt. Der Punkt ist der, dass die ukrainischen Nationalisten in der Zwischenkriegszeit von der Entente enttäuscht worden sind. Der letzte Punkt dieser Enttäuschung verraten durch die Polen, die eben den Rigaer Vertrag geschlossen haben 1921, ohne die Ukrainer hier zu berücksichtigen, indem sie die Sowjetukraine anerkannt haben, die Franzosen, indem sie den Mörder von Petlura, der einer der Führer der ukrainischen Volksrepublik gewesen ist, freigesprochen haben, indem sie ihn für die Pogrome verantwortlich gemacht haben. Alles das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen aus der Perspektive der ukrainischen Nationalisten nur noch wenige mögliche Unterstützer übrig blieben. Das war das faschistische Italien, das war Deutschland, weil es gegen Polen war und in Polen eben halt die Ukrainer unterdrückt wurden und das war Litauen, weil Litauen auch Gegner Polens war und damit der Feind meines Feindes ist mein Freund, die es so funktioniert hat. Dementsprechend haben wir in der Entwicklung hin zum Zweiten Weltkrieg dann auch die Organisation ukrainischer Nationalisten unter Stepan Bandera beziehungsweise anfangs unter Jochen Kowalic und dann unter Andri Melnik, der nicht zufällig genauso heißt wie der aktuelle ukrainische Botschafter, weil die Eltern ihn tatsächlich so genannt haben. Melnik heißt eigentlich nur Müller, das ist also ein sehr häufiger Name, aber dass man ihn Andri nennt, ist im Grunde genommen der Anschluss an den Führer einer Fraktion der Organisation ukrainischer Nationalisten. Diese Organisation ukrainischer Nationalisten stellt 1941, macht nur alle möglichen anderen Sachen, auf die ich hier gar nicht eingehen will, ich gehe nur auf dieses Bild ein, zwei Bataillone, Nachtigall und Roland, die mit den Deutschen 1941 die Sowjetunion überfallen und dort auch dann vormarschieren, bis sie eben halt dann aufgehalten werden, aufgehalten werden, das ist hier schon angesprochen worden, dadurch, dass die Staatsgründung, der Versuch der Staatsgründung am 30. Juni 1941 1941 in Lemberg durch Jaroslav Stetko durch die Deutschen nach einer gewissen Zeit der Überlegung verhindert wird und die Leute dann eben halt ins KZ kommen, aber eben ins KZ als ehrenhaft, das ist ja auch hier gesagt worden. Wir haben unten die ukrainische Aufständischen Armee, diese ukrainische Aufständischen Armee wird 1943 aufgestellt und sie agiert in Volünien in erster Linie und dann 1944 auch in Galicien und versucht, gestellt in erster Linie von Angehörigen der Organisation ukrainischer Nationalisten dort dieses polnisch-ukrainische Mischgebiet zu entmischen, zu homogenisieren, indem man die Polen umbringt. Und die Zahlen will ich jetzt hier gar nicht ansprechen, weil es da auch unterschiedliche Interpretationen gibt, aber der Versuch ist im Grunde genommen da, hier daraus ukrainisches Land zu machen und es dann eben halt nach dem Krieg, man hoffte dann auch die Sowjetunion zu besiegen, gemeinsam mit den Deutschen nebenbei zeitweise 1944 entsprechend hier so vorzugehen. Das ist das, was eben schon von Ihnen angesprochen worden ist, das ist die unten rechts sehen Sie ein Foto der Ausrufung dieses, dieser ukrainischen Dershava des ukrainischen Staates am 30. Juni 1941 durch Jaroslav Stichko und oben eine unter deutscher Besetzung herausgegebene Zeitung, in der diese Proklamation abgedruckt wird, in der man sich zum Bündnis mit Adolf Hitler und dem Großdeutschen Heer bezieht. Also das gibt es, es gibt auch die Beteiligung an oder die Organisation von Pogromen in Lemberg 1941 und es gibt 1943 die Gründung der SS Galicien, nachdem es anfangs geheißen hat, Ukrainer sollten keine Waffen tragen, aber nach Stalingrad spielt das eigentlich keine Rolle mehr und das Interessante dabei ist nur, dass sich erheblich mehr Ukrainer in dieser SS Galicien melden, als man eigentlich aufnehmen kann und im Endeffekt dann tatsächlich aufnimmt. Stepan Bandera wird heute von der ukrainischen rechten Partei Svoboda, die aber inzwischen marginalisiert ist, verehrt, aber er hat eben halt auch Denkmäle unten rechts, sehen Sie das Denkmal von Bandera in Ternopil. Ich komme jetzt zu einer anderen Frage, womit wir bald schon zum Ende kommen, keine Angst. Ich habe Ihnen gezeigt, dass der Süden der Ukraine im Grunde genommen eine andere Geschichte hat als der Norden und spannenderweise sehen Sie eigentlich dieses Ergebnis auch beim Ergebnis der Präsidentschaftswahlen bis 2010 eigentlich sehr gut abgebildet, auf der rechten Seite. Das ist die Stichwahl zwischen Julia Timoschenko, die sicherlich den meisten ein Begriff ist, die für eine vorsichtig ausgedrückt liberal-demokratische Ausrichtung ist und gegen Janukowitsch, den Vertreter des ukrainischen Ostens, der abgesehen davon, dass er eine kleinkriminelle Vergangenheit hat, eben eigentlich ein Anhänger einer eher pro-russischen. Ich bin ganz vorsichtig, weil er ist auch gar nicht von Putin so geschätzt, wie man das in dieser binären Richtung dann wieder sehen will. Aber das Spannende ist, was man da sehen kann, ist, dass es unterschiedliche Parteien gibt und dass seine Partei, die blaue Partei, die Partei der Regionen ist. Hier geht es nämlich darum, will man aus der Ukraine, und jetzt sind wir wieder bei der Staatlichkeit, einen Zentralstaat machen, das ist das, was die alle anderen wollen, also nur von Kiew, weil man Angst hat, wenn man Föderalismus einführt, bricht ein Teil weg, eine falsche Vorstellung, weil etwas bricht weg, wenn man keine liberalen, föderalen Strukturen einbaut. Die Partei der Region will genau das machen, sie will nicht etwa den Anschluss dieser Gebiete an Russland, sondern sie will im Grunde genommen in diesen Gebieten Russisch als zweite Amtssprache einführen und das versucht Kiew zu verhindern. Dazu müssen wir sehen, wie ist eigentlich die Situation Russisch als erste Muttersprache, wir sehen das in den rechten Gebieten Donetsk, Luhansk, in der Mehrheit, auf der Krim sowieso, im Westen natürlich nicht, im Westen wird ukrainisch gesprochen, das ist die Folge von Österreich, hier sind die Werte einstellig, auch im Zentrum gibt es im Grunde genommen wenig russischsprachige, aber im Osten eben halt schon und jetzt könnte man meinen, okay, das sind also alles Leute, die für Russland sind, nein, das ist das Ergebnis der Nein-Stimmen bei dem Referendum zur Unabhängigkeit der Ukraine, auch im Osten der Ukraine haben über 80 Prozent für die Unabhängigkeit der Ukraine gestimmt. Auf der Krim sieht das ein bisschen anders aus, da haben wir also die Nein-Stimmen beim Unabhängigkeitsreferendum erheblich stärker, aber auch nicht in der Mehrheit. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine durchaus problematische Politik der ukrainischen Führung, die sich nicht traut, im Grunde genommen die lokalen Bedürfnisse sprachlich zu befriedigen und damit eigentlich durchaus negative Ergebnisse hat. Unter Janukowitsch wurde ein Gesetz über Regionalsprachen eingeführt. Dieses Gesetz ist nach den Maidan-Unruhen und durch das neue Parlament der Ukraine abgewählt worden, ist aber nicht abgeschafft worden, weil Turcinov, der Vorsitzende der Verhovna Rada 2014, sich geweigert hat, dieses Gesetz der Abschaffung der Regionalsprachen zu unterschreiben. Nur 2018 sind die Regionalsprachen tatsächlich abgeschafft worden. Das heißt, wir haben im Grunde genommen einige Elemente, die uns zeigen, dass die Politik der Ukraine nicht immer besonders schlau war. Das Gleiche betrifft, ich habe die mal hier zusammengefasst, die Ablehnung von Föderalismus, die Forderung nach Ukrainisch als einziger Staatssprache, der Holodomor als Opfererinnerungsort gegen Russland, das muss eigentlich hier dazu sein, nicht der Holodomor an sich, sondern dass im Grunde genommen das als ein russisches Produkt gesehen wird, die Ernennung durch den Präsidenten Juschenko von Stepan Bandera und Roman Schukhevich zu Helden der Ukraine, das dann wieder gerichtlich abgeschafft wurde, aber erst mal ist es tatsächlich eben in dieser Richtung gemacht worden, das Dekommunisierungsgesetz von 2015, was im Grunde genommen jegliche kommunistische Symbolik verbietet und damit die Symbolik des großen Vaterländischen Krieges, also des Zweiten Weltkriegs und in diesem Krieg dann nur noch die pro nationalsozialistischen Richtungen fördert und am 9. April 2015 ein Gesetz zur Ehrung der Kämpfer für die Unabhängigkeit, in dem diese gelistet werden und dazu gehören dann die reine Terrororganisation UVO, dazu gehört die Organisation ukrainischer Nationalisten und dazu gehört die ukrainische Aufständischen Armee, über die ich eben gesprochen habe, die also von der aktuellen, nicht von der aktuellen, von der Poroschenko Führung der Ukraine als zu Ehrende gesetzlich festgesetzt werden, mit einer Strafbewährung für den Fall, dass das nicht passiert. Die Gegenseite ist nicht besser. Wir haben hier aus der russischen Perspektive die Vorstellung die Vorstellung Russ-Gimir der russischen Welt, diesmal nicht von Wladimir Putin, sondern vom Patriarchen Kirill, der russisch-orthodoxen Kirche, der eben erklärt, dass die russische Zivilisation eine besondere Zivilisation sei, zu der Menschen gehören, die sich heute mit verschiedenen Namen bezeichnen, Russen, Ukrainer, Weißrussen. Also es sind nur verschiedene Namen eigentlich für das gleiche Ding. Wir haben also durchaus eine Vorstellung, die auch in einer Weise umgesetzt wird, in der das Ganze geopolitisch unterfüttert wird, geopolitisch eine sehr beliebte Theorie in Russland ist die sogenannte McKinder-Hartland- Theorie, nämlich, dass es ein Heartland auf der Welt gibt, das hat etwas mit Haushofer zu tun, eben halt Kontinentalmacht gegen atlantische Mächte, gegen Seemächte und bei dieser Kontinentalmacht ginge es darum, dass dies das Heartland sei und das sei Osteuropa und wer das Heartland regiere, das Herzland, das ist eine amerikanische Theorie, spannenderweise, regiert die Weltinsel und die Weltinsel, wer die Weltinsel regiert, regiert die Welt und hier sehen Sie, wie das aussieht und jetzt haben Sie da auf der Grundlage, das ist von McKinder die Zeichnung, auch die Basis dafür, warum das im russischen Diskurs besonders gut ankommt, weil auf die Art und Weise a, die alten russischen Gebiete und sowjetischen Gebiete wieder beansprucht werden, einschließlich Zentralasiens und gleichzeitig damit die Herrschaft über die Welt in Verbindung gebracht wird. Die drei Reden, ich will auf die jetzt nicht weiter eingehen, sonst verhaut mich Herr Kollege Benz, Entschuldigung, die drei Reden, in denen im Grunde genommen hier dargestellt wurde, in denen vorgestellt wird, auf welche Art und Weise eigentlich das, was wir gerade in der Ukraine beobachten, vorbereitet wurde, das war im letzten Jahr ein Artikel über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer, das ist die Rede zur Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken von Luhansk und Donetsk und das ist, wenn man so will, die Kriegserklärung am Morgen des 24. Februars 2022. Die Behauptungen und die Forderungen, die darin enthalten sind, NATO-Rückzug auf die Positionen von 1997 in einem Schriftsatz vom Dezember 2021 an die Westwächte, die Forderung, die Ukraine solle Gebiete abgeben, die beim Eintritt in die UdSSR nicht zu ihr gehörten, das ist der Hinweis auf diese beiden Gebiete, die da im Osten angeblich dazu gehörten, was absoluter Quatsch ist, weil zu diesem Zeitpunkt gehörten die schon dazu, denn der Eintritt der Ukraine in die Sowjetunion war 1922 und da hatte sie bis auf Taganrock und kleinere Teile eigentlich die heutige Gestalt, die sie dann in der Zwischenkriegszeit hatte und wenn man jetzt diese Forderung von Putin umsetzt, dann müsste Russland eigentlich auch Kaliningrad, also Königsberg abgeben und Wilburg, was 1939 von Finnland erobert worden ist. Also die Forderung, Behauptung, die Ukraine besitze keine stabile Staatlichkeit, sie sei eine westliche Kolonie mit einem Marionettenregime, die Faschisten organisierten rein dekorative Wahlprozeduren, das ist, das haltet den Diebmotiv, weil das kann man von der Ukraine nun wirklich nicht sagen mit den verschiedenen Machtwechseln, die da stattgefunden haben, von Russland kann man es ohne weiteres behaupten, weil da wird die Opposition vorher ausgeschaltet und nicht zu den Wahlen zugelassen und dann haben wir genau das, was Putin hier beschreibt, nämlich die rein dekorativen Wahlprozeduren. Bitte? Das ist etwas anderes, das ist im Grunde, das sind Thesen. Diese Positionen sind vor dem Krieg formuliert worden, als das keineswegs der Fall war und keine Partei verboten war. Die NATO-Bedrohung durch die Aneignung von Gebieten, die direkt an unser Land grenzen, das ist auch im Grunde genommen ein wunderbarer Satz, weil letztendlich eigentlich zeigt, auf welche Art und Weise eine Bedrohung bereits im Ausland gesehen wird. Wir haben jetzt eine Bedrohung durch den Einsatz in einem fremden Land. Hier wird bereits das im Ausland agieren als eine Bedrohung gesehen und die Ankündigung in diesen Reden, die Ukrainer werden morden wie Hitlers Handlanger, das ist sozusagen in die Zukunft und beschreibt eigentlich auch eher das, was wir in den letzten Wochen von der anderen Seite gesehen haben. Ich will damit im Grunde genommen aufhören, weil damit eigentlich gezeigt ist, auf welche Art und Weise wir ein durchaus problematisches Verhältnis und zwar von beiden Seiten zwischen Russland und der Ukraine haben, auf welche Art und Weise dieses Verhältnis in der Geschichte diskutiert wird, sich auswirkt, aber letztendlich die Situation, so wie sie sich hier darstellt und so wie sie in die aktuelle politische Realität übersetzt worden ist, eindeutig einen Schuldigen benennt, auch wenn der andere nicht frei von Schuld und Fehle ist. Dankeschön. Applaus Nach diesem atemberaubenden Kollege über die Geschichte der Ukraine haben wir vor allem glaube ich eines verstanden, die Ukraine ist seit Jahrhunderten die klassische Opfer Nation oder eine klassische Opfer Nation um ihre Unabhängigkeit ringend, aber immer wieder von allen möglichen Parteien, von allen möglichen Akteuren bitter enttäuscht. Wir sollten jetzt der Versuchung widerstehen und in der Diskussion über Putin Zitate wie falsch oder wie richtig die sind. Wir sollten uns dessen vollkommen entraten, glaube ich, wir haben mehr davon, wenn wir die Gelegenheit benutzen und uns informieren, was ist die Ukraine eigentlich? Wie ist dieser Staat beschaffen? Wenn ich an das Zitat des Patriarchen Kyrel denke, von der russischen Zivilisationen hat eigentlich überhaupt nichts gesagt. Das ist nur ein Herrschaftsanspruch. Alle Menschen können da kommen, wenn sie sich nur in eine bestimmte Zivilisation einfügen. Ich glaube, mit solchen Formeln kommen wir nicht sehr weit. Da lohnt auch die einzelne Exegese nicht so schrecklich. Ich würde doch jetzt gerne von Ihnen noch einmal ganz knapp und knackig wissen, wie westlich ist die Ukraine im Verhältnis zu Russland? Wie kulturell eigenständig ist die Ukraine? Wie demokratienahe ist sie im Vergleich zu ihrem Aggressor? Welche liberalen Traditionen gibt es? Oder bringen wir es einfach auf die ganz schlichte Frage, wie groß ist denn der Unterschied zwischen Ukrainern und Russen? ist der unendlich viel größer als der zwischen Österreichern und Deutschen? Ja, die Sprache ist ja auch relativ ähnlich. Die kulturellen Traditionen reichen über Jahrhunderte zurück, aber es sind zwei Staaten, die keine Ansprüche gegeneinander erheben. Aber die Grundfrage, wie westlich ist die durch polnische, durch litauische, durch österreichische Traditionen geformte Ukraine im Verhältnis zu Russland? Das ist relativ schwierig zu beantworten. Sie sollen es trotzdem aber kurz machen. Oder leicht. Beides. westlich, wenn man will, wenn man von äußeren Erscheinungen spricht, kann man sagen, soweit die unierte Kirche reicht. Die unierte Kirche ist die Orthodoxie, aber der päpstlichen Jurisdiktion unterstellt. In der Union von Brest 1596. Und das ist etwas, wo man sagen kann, ist das westlich? Es ist ein politischer Akt gewesen im 16. Jahrhundert. Es ist kein Akt, der in irgendeiner Weise, ich sage mal vorsichtig, von den Gläubigen besondere Anstrengungen erforderte, weil man eigentlich in dem Ritual blieb, in dem man vorher auch war. Wenn man will, kann man sagen, im Westen gibt es eine stärkere Politisierung durch Österreich bereits im 19. Jahrhundert. Es gibt eine stärkere Nationalisierung und Mikhail Kruszewski, der Historiker, der aus Kiew den ersten Lehrstuhl für ukrainische Geschichte in Lemberg erhalten hat, hat die These aufgestellt, dass die Ukrainer ein durch und durch demokratisches Volk seien, während die Russen dadurch, dass sie so lange unter den Mongolen Tataren gelebt hätten, ein despotisches Volk geworden seien. Wenn man will, kann man das finden, wenn man will, kann man das in der Gegenwart finden, weil in der Ukraine praktisch Demokratie gelebt wird, wenn auch keine hundertprozentige oder um mit Schröder zu sprechen keine lupenreine, aber schon mehr als in Russland vorsichtig ausgedrückt und in Russland, was wir im Augenblick sehen, ist eigentlich eine Rückkehr in eine absolute Informationsmonokultur und in eine absolute Politikmonokultur, also tatsächlich in einer Art Despotismus. Wo ich mich schwer tue, ist das unbedingt jetzt westlich zu nennen, denn ich bin auch durchaus imstande zu sagen, ja, die UN ist tatsächlich westlich, weil Mussolini war ziemlich westlich. Und ich halte eigentlich diesen Begriff westlich nicht unbedingt für einen furchtbar positiven gegenüber östlich, sondern das ist im Grunde genommen nur etwas, was durch Europa, Union, Romantik befördert wird, wenn wir sehen, dass das in Polen mit den verschiedenen Reformen und in Ungarn sehr katholischen Ländern eben halt durchaus nicht eindeutig ist, dann habe ich damit Schwierigkeiten. Sie sehen jetzt, man kann es entweder leicht machen oder man kann es schwer machen, man kommt aber nicht unbedingt zu einem richtig guten Ergebnis. Nur etwas, was Sie noch gesagt haben, Ukrainisch und Russisch sind zwei verschiedene Sprachen, während Österreichisch und Deutsch ja, ich weiß, Jänner und Januar klingen unterschiedlich, aber naja, gut, man sagt, Österreicher und Deutsche sind durch ihre gemeinsame Sprache getrennt, aber das kennen Sie den Begriff Erlagschein? Ja. Dann sind Sie ein, dann kennen Sie Fremdsprachen, das ist nämlich Österreichisch, und 99% der Deutschen wissen damit nichts anzufangen. Wir wollen uns aber nicht nicht verzetteln. Die Ukrainer sind zweimal in der Geschichte des 20. Jahrhunderts von Deutschland tief enttäuscht worden. Am Ende des Ersten Weltkriegs, als sie eigentlich dicht davor waren, oder es kurze Zeit schon real war, ihre Nation zu haben, mit Hilfe und unter dem Patronat der Mittelmächte. Und 1941, das hat wahrscheinlich mit Faschismus gar nichts zu tun, aber ukrainische Dorfbewohner sind der Wehrmacht mit Brot und Salz entgegengekommen, weil sie als Befreier vom sowjetischen Joch und als Gehilfen bei der Erringung nationaler Unabhängigkeit empfangen haben. Das Ergebnis war in beiden Fällen mehr als grauenhaft. Die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg war alles andere als brüderlich oder freundschaftlich erklärt, und das ist jetzt der Kern der Frage, könnte diese zweifache Enttäuschung die heutige, würde man sagen, etwas intransigente Haltung des ukrainischen Botschafters, auch des ukrainischen Präsidenten, der ja eine glänzende mediale Figur macht. Das muss man mit allem Respekt sagen. Arbeiten den deutschen Kanzler scheinen sie überhaupt nicht zu mögen und sie scheinen also von Deutschland unendlich mehr zu erwarten als sie von Frankreich oder von anderen Nationen erwarten und erwarten können. Schwingt da noch diese, könnte da diese Enttäuschung beim zweimaligen Anlauf zur Unabhängigkeit mitschwingen, die in der Forderung gipfelt, aber diesmal müsst ihr mehr für uns tun als damals. Ich fange mal hinten an. Dass Seljenski seine Rolle gut spielt, ob das wirklich sinnvoll ist, wie er das macht, das lassen wir mal dahingestellt, ist klar, weil das hat er gelernt als Schauspieler. Ich kenne Herrn Mjelnik relativ gut, weil er, bevor er Botschafter wurde, Generalkonsul in Hamburg war und da war er ganz anders. Da war er keineswegs intransigent, sondern eigentlich auch nicht, machte eigentlich auch nicht so viel in dieser Richtung her. Ich muss Sie in einem Punkt korrigieren. Die Deutschen haben die Ukrainer nicht zweimal enttäuscht, sondern mindestens achtmal. Und das hängt im Grunde genommen damit zusammen, dass sie sie eigentlich benutzen wollten und die Ukrainer wollten die Deutschen benutzen. ich meine jetzt die Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Zweiten Weltkriegs und beide haben im Grunde genommen etwas gemacht, was ein ukrainischer Kollege einmal Mutual Exploitation genannt hat, also gegenseitige Ausnutzung. Nur die Deutschen waren dabei etwas erfolgreicher, aber im Endeffekt eigentlich auch wieder nicht. Und von daher ist das sehr problematisch, die Deutschen haben eigentlich die Ukrainer im Ersten Weltkrieg erst entdeckt als eine Möglichkeit, sie haben ja dann Ukrainer in Kriegsgefangenen Lagern ausgebildet oder russische Kriegsgefangene aus der Ukraine, die gar nicht ukrainisch konnten, ukrainisch unterrichtet und sie dann im Grunde genommen zu Ukrainern ausgebildet. Nationalismus ist ein pädagogisches Projekt, das kann man lernen, das ist so. Aber sie haben im Grunde genommen damit eigentlich keinen Erfolg gehabt, weil sie sich eben halt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollten, dass da tatsächlich was dabei herausgekommen wäre. Und die gegenseitigen, ja, ich sag mal vorsichtig Avancen, die man immer wieder danach gemacht hat, also eigentlich kann man eher sagen, dass die Ukraine eigentlich immer wieder angekrochen kamen, nachdem sie von den Deutschen wieder einen auf den Deckel 1934 die Beziehung zu Polen verbessert haben, haben sie die Beziehung zu den Ukrainern gekappt, aber gleichzeitig haben sie ihnen gesagt, ja, aber in zwei Jahren machen wir dann wieder weiter. Also das ist eine ganz problematische Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass das, was wir heute sehen, diese historische Basis hat, weil dazu würden wir die Kenntnis darüber verlangen und die Kenntnis ist auf ukrainischer Seite über ihre eigene Geschichte von Historikern und Historikerinnen abgesehen nicht größer als bei uns. Gerade in dem Bereich. Also das ist zum Beispiel das, was Sie angesprochen haben. Bandera wird nur als ein Nationalheiliger im Grunde genommen erkannt, als jemand, der eben halt den ukrainischen Staat wollte. dass er nebenbei antisemitische Komplette geschrieben hat, dass er den Mord am polnischen Innenminister Piracki organisiert hat, das kommt dabei nicht vor. Und das ist sozusagen die letzte Andeutung, ehe Sie die Gelegenheit haben sollen, mit Herrn Golschewski ins Gespräch zu kommen. Sie haben freundlicherweise und richtigerweise und notwendigerweise natürlich von den Judenpogromen gesprochen. Sie haben den Antisemitismus, der in der Ukraine äußerst aggressiv, ich sage mal war, ist erwähnt. Sie haben die Bandera in seine wirkliche Bedeutung angedeutet. Mich erstaunt so ein wenig, dass jetzt in der derzeitigen öffentlichen Wahrnehmung von Antisemitismus, den es in der Ukraine gegeben hat oder gibt, überhaupt keine Rede. Es gibt eine einzige Sympathiewelle für das Opfer Ukraine und auch über, na gut, wahrscheinlich haben 95% der heute lebenden Deutschen von Bandera und seinen Umtrieben nie etwas gehört. Aber dass ein in der Wolle gefärbter, bösartiger Antisemit- und Faschist Denkmale in der Ukraine hat, was Putin in seiner Argumentation virtuos ausnützt gegen die Ukraine, das wird hier überhaupt nicht thematisiert, umso dankbarer, dass Sie das zumindest angedeutet haben. Muss dazu noch was gesagt werden? Bitte. Ja, in Wien ist ein Teil der Ringstraße nach Herrn Lueger benannt. Das ist auch ein Denkmal und Herr Lueger war ein heftiger Antisemit. Von daher, niemand würde jetzt sagen, die Österreicher sind alle antisemitisch, obwohl sie es vielleicht sind, keine Ahnung. Der Punkt ist ein anderer. Natürlich gibt es Antisemiten, natürlich gibt es den Antisemitismus und natürlich, und da haben Sie vollkommen recht, sind in der Vergangenheit tatsächlich die antisemitischen Exzesse seitens der Ukraine, sei es bei den Pogromen 1941, sei es, wenn Sie zum Beispiel Berichte von jüdischen Überlebenden haben, die erklären, die ukrainischen Schutzmannschaften, die Sie bewacht haben, oder Wachmannschaften, das waren die schlimmsten. Die waren also schlimmer als, jetzt sage ich mal ganz böse, als die Deutschen. Was falsch ist, sie waren nämlich nicht schlimmer als die Deutschen, nur die Deutschen sah man nicht, weil die Deutschen sie vorgeschickt hatten. Und das ist ein ganz großer Unterschied. In der aktuellen Phase, sage ich mal ganz vorsichtig, ist der Antisemitismus in der Ukraine, abgesehen von dem Hintergrundrauschen und abgesehen von einem Wert, der nach den Umfragen ungefähr bei 20 Prozent liegt und damit ungefähr auf der gleichen Ebene wie in Deutschland, eben halt nicht besonders merkbar. Wenn Sie 73 Prozent der Wähler für einen jüdischen Präsidenten haben, wenn Sie sehen, dass im Grunde genommen vorher auch der Vorsitzende der Verhovna Rada, Reusmann und dann Ministerpräsident jüdische Herkunft ist, dann muss man sehen, dass das jetzt nicht sich politisch auswirkt und das im Grunde genommen, ich bin in andere Rechnungen danach gefragt worden und habe wirklich danach gesucht und weil das ja auch mein Thema ist eigentlich, Antisemitismus, man wird nicht besonders fündig, man hat die rechten Gruppen, Svoboda war einmal tatsächlich in der Regierung, in dem Maidan-Dreigestirn, Tjachnebock hat eine antisemitische Vergangenheit, da war er aber noch mit Julia Timoschenko zusammen und im Grunde genommen seitdem gibt es keine Stellungnahmen mehr in dieser Richtung und es gibt im Grunde genommen auch keine Wähler in der Form, weil Svoboda inzwischen auf einen einzigen Abgeordneten in der Verhovna Rada runtergeschnurrt ist. Das heißt, sie hat eigentlich keine Bedeutung mehr in der politischen Basis. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es keinen Antisemitismus gibt. Es gibt den gleichen Antisemitismus, den es überall gibt, aber er ist im Augenblick nicht virulent, möglicherweise deswegen, weil man andere Sorgen hat. Antisemitismus Antisemitismus hat. Antisemitismus Untertitelung des ZDF, 2020